Was sind die Zutaten für einen perfekten Urlaub? Eine außergewöhnliche Unterkunft. 30 Meter über dem Wasser im Fels. Ein sportliches Fortbewegungsmittel. Das tut für mich ein Stück Lebensgefühl aus. Aufregende Entdeckungstouren. Abertausende Quadratkilometer Urwald. Exotisches Essen. Ein bisschen fettig und salzig. Wie Popcorn. Und gut gelaunte Reisepartner. Wir haben den Wikingern viel zu verdanken. Den perfekten Urlaub gibt's bei uns. Mit den Doku-Highlights im Juli.